Jo Leute, willkommen auf meinem YouTube-Channel und heute mache ich ein How-To-Video zum Tebetop, wie der funktioniert und eigentlich ist das ganz simpel der Trick, wenn man die Füße so gestellt hat, wie ich das habe, dreht man den Fuß in die Richtung, wo man es legt, ein, verdreht den Fuß, dass man das Fahrrad so umlegen kann, genauso hier an den Händen, und dann greift ihr hier so um und legt das Fahrrad so um, so macht den Tebetop, so wie es geht das. Dann reicht mit dem Lenker mitarbeiten und dann das Bein in die Richtung, wo es runtergelegt wird, legen und das andere auf der Wandseite runterlassen, wie beim BIP sozusagen, um das Fahrrad dann in der Luft umzulegen, um ein Tebetop zu machen und jetzt seht ihr ein paar Clips dazu, wie das aussehen muss und ein Slow-Mo-Clip. Jo und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, schaltet wieder ein auf meinen Kanal und bis dann!